Naja, ich hab einen gekillt. Cube! Ah! Wow! Und das ist auch noch in der Aufnahme! Oh, da sind wir wieder! Ja! Bei einem schon super Battle! Ja! Der Katz war schon vor einer halben Stunde fertig. Ne, vor zwei Minuten. Ja? Ja. Ey, ich will spielen seit 1 Stunde und 2 auf. Ach so, lol. Hey, die letzte Aufnahme geht bei mir zwei Sekunden, weil ich Minecraft minimiert habe. Du fuck! Ich konnte dich grad nicht schlagen. Oh, GG, alter. Hast du ihn geflatscht? Ja. Er hatte wirklich, ich hab nicht gewonnen. Julia lebt noch, oder? Ja. Oh, Julia lebt noch und ich lebe auch noch. Ui! Ja gut, dann warst du das von meinem Battle. Achso. Dann gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ah, ne. Los nicht. Nicht bei dem. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüss! So, das Problem war natürlich. Ach! Immer wieder. Oh, Mann ey! Scheiß! Das Problem ist natürlich nur, ich hab instant in diesem komischen Spawner zwei Sättel und ne Eisenrüstung für Pferde gefunden, aber ich find einfach kein Pferd. Alter, guckst du grad meine Sachen durch? Nein, ich bin weggelaufen davon. Echt? Warte mal gucken. Was ist das für ein Pferd? Richtig viel Zeug. Richtig viel Scheiß, dass du da Pferd hast. Ne. Ich mein, meine komplette Rüstung ist für zwei, ne? Rüstung. Schärfe 3 Eisenschwert. Das war richtig unfair, ey. Ich hatte 15 Pfeile, Mann! Ich hatte 64. Ha! Wow! Na gut, ich hatte 54. Was ist denn mit Gloucester und Astia? Na Hexen? Ja. Ne, ich war kurz in der Hölle weiter. Ach, das war einfach... So. Ähm. Das ist quantifiziert. Was ich jetzt noch machen werde, ist... Alter, das Donnert so extrem. Das Donnert so extrem. Dreh, Mann. Was ist denn los? Ich hab kein Holz mehr. Ich frag mich, wo Yu-Gu-Ya ist. Hier hab ich das ganze Battle nicht gesehen. Was ne total unlogische Aussage ist. Ich wurde aber echt noch was. Na. So. Kann Pfeilbanken getroffen. Spawnen gleich. Gut, dann fang ich mal an und hochstehern. Dann ist die erste Folge in 5 Tagen online. Nein, Spaß. Wie, sie hat mich jetzt nur verarscht. Und sie kommt jetzt oben in die Ecke. Tötet mich. Wär richtig witzig. Ach, komm. Kostet... Ach. Toll. Niklas. Ja? Du kennst auch Grayson, gell? Ja, Grayson. Grayson Fox. Ich kenn ihn. Kennst du nicht Grayson? Kennt er nicht. Aus welchem Themengebiet? Äh... Grayson Zockt. Den kennst du doch, oder? Grayson Zockt. Egal. Auf jeden Fall. Foxari. Achso. Weißt du, wie ich in seinem Handy eingespeichert bin? Nein. Mark zu dem Schwammkopf. Ja, geil. Weil... Weil wir... Weiß schon. Ich hab mit ihm, wenn ich du wär aufgenommen. Ich hab ihn getaggt. Ganz unerwartet. Okay. Jetzt beende ich mal das Battle. Ich hoffe, sie... Ich hoffe, sie hat nicht genommen. Soll ich den kennen? Keine Ahnung. Den kennt man echt eigentlich. Es ist kein großer YouTuber, aber... Ja. Aber er steckt echt... Er... Er... Er bemüht sich echt für seine ganzen Videos. Ja, ich bin grad auf seinem Kanal. Mhm. Cool, cool. Ja, gell. Facecam. Okay. Yuya kommt. Episches Ende. Foxari, glaubst du, du gewinnst? Ich weiß nicht, wie gut sie ist. Yuya ist richtig gut. Kennst du Gaze Mickey? Nein. Kennst du... Sapphire? Ja. Äh... Yuya ist ungefähr dreimal so gut wie er. Okay. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich hab noch gern ein paar mehr goldene Äpfel. Gaze Mickey ist halt viermal so gut wie... Sapphire. Das Problem ist nur... Ich weiß jetzt gar nicht, ob du mich jetzt anlügst oder ob du mir die Wahrheit sagst. Weil ich es einfach nicht weiß. Wahrscheinlich ist hier nicht schlecht. Nein. Das, was ich aus... Hä, wie ich das... Aus dem Chat interpretiert hab? Auf ner Skala von eins bis zehn. Ist es nicht so? Nein. Aber haben wir sicher von fünf von unten oder fünf von oben? Nein. Ich weiß es selber nicht. Ich will dich nur verunsichern. Soll ich hier die Koordinaten sagen? Ich weiß nicht, wo der Spawn ist. Boah, wenn Yu... Lass Yuya das mal gewinnen. Nein. Da gibt's ja so cool. Boah. extrem. Mach's w Frisch... Boah. Foxtano die Koordinaten im genommen ich hoffe ich habe schon was aufgenommen und hochgeladen wie viele videos ich habe auf dem kanal messer ja 600 so nachgucken wie viele abonnenten hast du zu wenig sag mal retten ist irgendwie 1000 oder so das sind genau 3100 weiß ich nicht was echt jetzt er ist jetzt nicht nur richtig im YouTube bei der Oman aber ich stehe die kann sich ja schon davor Kuhl zum Beispiel es kommt es nicht und sie auch mal es auch wenn ich übliche wenn ich über das Lied für die Teilseite User wir sind das ist jetzt auch nicht Blödsinn warte hab ich sie alter das ist ja echt viel cool wusste ich gar nicht ich hätte gedacht du fängst jetzt mal erst mit youtube an oder so yo 200 ja hum 230 eva videos warte 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 hab ich mich nicht gehört wir müssen jetzt alle leise sein ja warte warte ok soll ich so ne epische musik machen das ist nämlich gerade was ich gerade vor hab ist nämlich einen op apfel zu machen was hat er auch heute bei du hast von allen spielen einfach oh mann ich hätte es vorher verbrennen sollen du machst jetzt echt einen op apfel das mach ich auch nicht weil ich nicht glaube dass ich sie nicht dann töten sie mit dem steinschwert oh so asozial das wäre richtig asozial gekommen mit nem holzschwert oh würde ich nicht machen ich wollte cutcube anschreiben mit apfelgg aber lieber nicht besser nicht ja cool oh nee ich hab morgen um 12 Uhr nachhilfe was will der Kerl von mir an dem Sonntag komm scheiß auf den Boden ja weil ich Klausuren schreit oh für Glück jetzt jetzt oder später auf die Schnauze Boxer oh nee ich muss leise sein er hat mir ein Battle aufs Maul gegeben tja das war nur Glück ich hab so viel Fallschaden bekommen gell ja ja tschüss menor ja too wo das ist auch noch Rente auf nat alter ich hatte ein halbes herz aufwinter echt jetzt? ja richtig krass Aber es hat doch kein sehr viel bei euch, ist scheiße. Passt wenigstens mal in dir, Hellmann. Es hat geblitzt. Hm. Niklas? Ja? Äh. Na, ist ja verloren. Sie haben nicht gesehen, dass ich einen OP-Abfüll genommen habe. GG. OP-Abfüll. Ja, GG. Gut. Dann... Würde ich mal sagen, kommt jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nein, jetzt kommt der Siegelstheromy. Hey, du hast es geschafft! Ja, ich bin der Sieger der Welt von Battle Camp Season 2. Und Champagner, äh, nass spritzen. Yippie. Also, mal ganz ehrlich, ist es doch schon ein guter Erfolg. Erstes Mal mitgemer? Ja, ich war nicht anders zu erwarten, oder? Das Kind wieder richtig arrogant, ich weiß. Das ist aber nicht. Ist natürlich nur spaßig gemeint, das packe ich hier zurück, wie sonst was. Na gut, darf ich mal sagen, das war's mit diesem schönen... Ja. Battle? Es steht gerade im Chat, der zweiten Season von Battle Camp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und... Tschüss! Tschüss! Servus! Tschüss! Tschüss! Tschüss!